Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial auf meinem Kanal, ich bin der Broken10 und ja, wie ihr schon vielleicht am Titel seht, ich zeige euch, wie ihr Replays macht, hochladet, Screenshots macht und hochladet und ja, alles rundum darum und ich zeige es euch einfach mal. Also, erstmal, wie macht ihr Replays? Ihr geht auf Einstellungen, allgemein, scrollt ganz nach unten, hier unten gibt es die Option Gefechtsauszeichnung aktivieren. Das Beste ist, ihr geht hier auf Alle, wenn ihr keine haben wollt, drückt natürlich auf Keine und Letzte ist eigentlich gerade das Schwachste, das ist einfach nur das letzte Gefecht, wird dann aufgezeichnet. Also drückt einfach auf Alle, drückt auf Anwenden und okay, das ist eigentlich schon der ganze Spuk. Jetzt könnt ihr wild lustig fahren, wie ihr wollt, ja, damit könnt ihr jetzt, ja, ihr fahrt einfach jetzt rum. Und habt eure Replays, ist ja auch dann das, was ihr wolltet, genau. Ein Screenshot macht ihr mit dem, mit der Taste Druck S, Bindestrich ABF, das ist neben einer der F12-Taste. Ich weiß nicht, ob das jede Tastatur hat, aber ihr könnt das hier auch noch in den Einstellungen machen. Der Druck, wie heißt das Ding, Druck S, ABF ist eine einzige Taste, die heißt so. Sonst guckt ihr einfach bei Steuerung und, ich weiß nicht, ob gibt das hier, eigentlich müsste es hier schon gehen. Screenshot, Screenshot, Kamera, Sprache, Minikarte. Da müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, ich weiß gerade nicht, Screenshot. Ne, das muss dann die Taste, dann müsste es eigentlich jede Tastatur haben. Also, die ist neben der F12-Taste, rechts daneben, Druck S, ABF heißt die. Genau, und jetzt zeige ich euch nochmal schnell, so, jetzt zeige ich euch mal schnell, wie ihr euer Replay findet. Ihr geht auf euren World of Tanks Ordner, bei mir ist das bei Windows C, Games World of Tanks. So, hier seht ihr den ganzen Ordner. Eigentlich sollte euch davon nichts interessieren dürfen und ihr solltet auch nicht rumfummeln, weil sonst müsst ihr das World of Tanks neu installieren, weil es nicht mehr funktioniert. Eure Replays findet ihr unter dem Ordner Replays. Hier findet ihr alle sortiert, geordnet, je nachdem, wie lange ihr sie behaltet. Ihr habt hier alle möglichen Replays, hier seht ihr vom 1.4., 30., 29. Da habe ich dann, zwischendurch solltet ihr mal den Ordner löschen, weil sonst wird das hier einfach viel zu viel drin. Und ja, hier könnt ihr einfach eure Replays auf den Desktop ziehen. Und, warte mal, ich ziehe mal kurz den hier weg. Das brauche ich nicht. Ich habe das nämlich eben gerade schon mal erklärt und habe außerdem wieder ausgemacht. Ohne, dass ich es bemerkt habe. Ich mache das hier zum zweiten Mal sozusagen. Ja, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal hier das Neueste. Das ist hier das vom Morbid. Das hier packen wir einfach da hin. Das brauchen wir gleich noch. Screenshots findet ihr dann hier. Screenshots habt ihr dann zum Beispiel hier. Die kennt man ja. Oh, Entschuldigung. Falscher Bildschirm. So. Irgendwelche Screenshots von schönen Bildern. Ja. Oder irgendwelchen WTF-Momenten. Ja, das kennt man doch noch. Und, ähm, ja, könnt ihr euch so ganz witzige Bilder abspeichern. Auch so insgesamt einfach sehr schöne Bilder. Kann man sich hier immer schön abspeichern. Die kann man hinschieben, wo man will. So. Wie öffnet ihr ein Replay? Über diesen Ordner hier. Ich muss erstmal... Dafür müsst ihr euer richtiges World of Tanks erstmal schließen. Und, äh, weil es sonst nicht funktioniert. Ähm, ihr nehmt euer Replays, das hier, und schiebt das auf den World of Tanks. Nicht World of Tanks oder W-O-T Launcher, sondern World of Tanks heißt das. Oder auch Excel hinten dran kann auch sein. Dann lasst ihr es los. Und lasst es kurz laden. So, dann seht ihr kurz im weißen Bildschirm. Äh, das seht ihr jetzt nicht, weil es leider nicht geht. Dann seht ihr das offizielle World of Tanks. So, als würdet ihr ins Spiel reingehen. Das seht ihr leider nicht. Sekunde. Jetzt müsstet ihr aber was sehen. Genau. Da ist es. Und dann seht ihr ganz normal. Ihr fahrt dann. Ihr könnt euch alles anschauen. Wie ihr gefahren seid. Was das Problem war. Oder ob ihr wen reportet habt. Oder was auch immer. Könnt ihr... Oder wenn es ein absolut geiles Gefecht war, könnt ihr es mir auch schicken. Gerne. Verstellen könnt ihr es mit der Leertaste. Dann stoppt ihr das Gefecht. Mit der Hoch- und Runter-Taste. Mit dem Pfeiltasten habt ihr vier verschiedenen Möglichkeiten. Rechts und links. Dann springen im ganzen Replay. Ähm. Und die Hoch- und Runter-Tasten seht ihr hier. Zum Beispiel kann ich hier Geschwindigkeit. Bis zum Unendlich. Hier schieben wir so ein Verrückter. Kann man jetzt plötzlich so schnell machen. Oder man macht es halt ganz langsam. Wirklich bis zum langsamsten. Hier seht ihr wie langsam die Panzer sich bewegen. Ich kann auch zwischen denen einfach so wechseln. Zwischen den Positionen. Immer wieder ganz normal. Ich kann dann einfach springen zwischen den Replays mit den Pfeiltasten und so. Das lasse ich euch einfach mal freien Lauf. Und schaut es euch einfach mal an. Genau. So. Dann habt ihr das einmal. Dann könnt ihr euch das ganz entspannt anschauen. Wie ihr lustig seid. Und dann könnt ihr euch das auch abspeichern. So. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ihr wollt das Replay hochladen. Weil es so gut war. Ihr drückt auf Upload Replay. Chaucer File. Ihr sucht. Durchsucht eure Zeugs. Bei mir ist es. Am besten zieht ihr es euch auf dem Desktop. Das Replay. Was ihr sehen wollt. Das ist bei mir. Das da. Die seht ihr übrigens morgen. Oder übermorgen. Ähm. So. Einmal auf Upload Replay. Ihr könnt ja noch einen Titel und eine Description einfügen. Ach. Ist schon hochgeladen. Äh. Egal. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das über den Ordner. Machen wir Games. World of Tanks. Replays. Dann sucht ihr euch hier irgendein Replay auf. Ist ja völlig wurscht. Nennen das hier. Äh. So. Ist ja völlig wurscht. Lösche ich danach sowieso wieder. Upload Replay. Und da ist es. Ja. Super. Eigentlich sollte es. Da. Backt leider die Seite ein bisschen rum. Es sollte dann. So aussehen. So hier. So sollte es dann aussehen. Dass ihr das so anschauen könnt. Wieder in der Garage. Hier habt ihr eure Stats. Und all sowas. Das kennt ihr ja. Kennt ihr auch von meinen Videos. Und so könnt ihr das hochladen. Wie bekommt ihr nun. Dieses Replay. Mir zugeschickt. Über meine E-Mail Adresse. Oder sonst wie. Besser natürlich. E-Mail Adresse. Ihr drückt hier auf. Replay Link. Diesen Link kopiert ihr mit. STRG und C. Und fügt ihn in der E-Mail Adresse. Oder in der E-Mail. Die ihr mir schickt. Als Anhang am besten. Mit STRG und V. Ein. Oder schickt es mir so als. Einfach so als E-Mail. Ich hoffe. Ihr wisst noch. Wie eine E-Mail funktioniert. Also. Das müsstet ihr noch können. Theoretisch ja. Ähm. Genau. Ja. Das war eigentlich schon der ganze Hokus Pokus. Für die Leute. Die noch weitergehen. Hier könnt ihr noch. My Replays. Bei meinen Links hier oben. Könnt ihr noch. Alle meine Replays. Könnt ihr dann. Oder seine eigenen Replays. Kann man sich dann. Mal ansehen. So. Ich weiß nicht. Das hier so. Hallo. T34 Pokorovka. Und all sowas. So ganz uralte hier. Das ist mein erstes Replay. Das ich eingesendet hatte. Ich hab keine Ahnung. Das war sogar IS3. Das hab ich meinem Kumpel geschickt. Ja. Das hab ich meinem Kumpel YouTuber geschickt. Und. Ihr müsst euch einfach nur. Ganz wichtig. Ihr müsst euch anmelden. Das geht hier oben. Bei mir steht jetzt Logout. Diese Seite heißt übrigens. www.replays.com Könnt ihr einfach oben abgeben. Kommt das an. Ähm. Ja. Ihr müsst euch hier oben anmelden. Das geht über World of Tanks. Das ist also eine offizielle Seite. Hier kann nichts passieren. Mit Hack oder irgendwas auch immer. Äh. Macht einfach hier Login. Dann gebt euch mit euren eigenen Daten an. Die es richtig gibt. Und dann gibt es glaube ich eine kleine E-Mail. In euer Postfach. Das müsst ihr bestätigen. Und dann habt ihr Reutory Replays. Genau. Darüber könnt ihr dann alles machen. Was ihr wollt. Mit euren Replays einschicken. Oder wie auch immer. Ähm. Genau. Hier könnt ihr auch ein Replay finden. Was ihr haben wollt. Ihr könnt eine Wargaming League. All sowas. Hier könnt ihr alles mögliche Replay. Replays of the Week. Und so Zeugs. Könnt ihr alles hier einschicken. In diese Seite. Und wenn ihr wollt. Dass ich es in meinen Videos zeige. Schickt es mir einfach ein. Wie gesagt. Das war ja nur für die Leute. Für die wenigen Leute. Die es noch nicht verstanden haben. Oder noch nicht wissen. Wie es geht. Dann wie gesagt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ich habe alles erklärt. Und ich hoffe ich habe alles gut erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt. Stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich werde sie dann beantworten. Mit meinem A10 Account. Oder entweder. Wenn ich am PC sitze. Mit dem Account. Broken10. Und ähm. Genau. Ich würde sagen. Wenn ihr euch das Video gefallen habt. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.